Freunde, neues Video und kein XP-Glitch. Was ist da los? Ich wollte euch einfach mal die Informationen geben. Miles Morales Spider-Man 2099 ist am Dienstag am Start im Itemshop, beziehungsweise dann 2 Uhr in der Nacht. Bei uns ist es ja immer so ein Stück weit zeitversetzt, wisst ihr selber. Das Ganze ist auf amerikanische Zeitzonen ausgelegt. Bei denen ist es noch eine humane Zeit. Bei uns ist es 2 Uhr. Aber ich habe die Kommentare immer mal wieder gelesen, hey, wann kommt Spider-Man, was ist da los? Oder wann kommt Miles Morales? Wird, glaube ich, viel sehnsüchtiger erwartet. Das ist die Information und die habe ich gerade selber nochmal von Twitter sozusagen gesaugt. Hier von Sheena, der da ja ein bekannter Leaker bei The Way deutschsprachig ist. Miles Morales, habe ich gerade gesagt, Spider-Man 2099. Zack, am Dienstag geht es los und dann könnt ihr da Action machen. So sieht es aus. Und was lässt noch darauf schließen? Ich bin mal einfach eins weitergegangen. Hier, Firemonkey hat auch nochmal eine Info rausgehauen. Ja, denn diese Spider-Man vs. Web Shooters, die kennt ihr schon mit diesen Spinnnetzdingern, die man rumschießen kann. Das Ganze wird gedroppt und enabled am 23. Wenn ich jetzt auf meinen Zeiger gucke, ist der 21. Das ist dann Dienstag. Das passt perfekt, weil wenn das kommt, plus Spider-Man und Miles Morales am Start sind, endet auch gleichzeitig das ganze Star-Wars-Find-the-Force-Event. Das heißt, das eine ersetzt das andere und der Dienstag ist einfach perfekt. Und ihr wisst selber aus der Historie heraus, Dienstag ist so ein klassischer Fortnite-Update und News und Events und was auch immer Tag. Also das passt ganz gut, wie ich finde. Und das macht auch absolut Sinn. Manche haben gedacht, das passiert heute, ist aber nicht passiert und dann haben sich viele gefragt, was ist da eigentlich los? Darum nochmal die Informationen ganz kurz für euch. Wenn ihr dann am Dienstag zuschlagt, haut gerne meinen Creator-Code BestTime rein, würde mich wirklich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, weitermachen, weitermachen, Konto-Level, Konto-Level. Macht's gut, bis dann erstmal und tschüss. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.